Casual-Spieler wie ich haben es nicht so einfach wie Stylas, Raptor und dieser King Phil, weil wir einfach immer nur dann spielen, wenn wir Lust haben und die Zeit dazu haben. Vielleicht geht es dir ja genauso und dann siehst du mal, wie schwer es ist, die Daily Challenges zu schaffen. Bei mir ging es heute darum, Kills mit der Pistole zu machen und wie das Ganze bei mir aussah, siehst du in diesem Video. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuschauen. So, ich finde diese Animation am Anfang geil. Ist auch geil. Immer was anderes. Nur Pistole, egal wie schlimm der Bruch ist, Alter. Die die komplette Runde nur mit Pistole durch, ist mir egal. Du wirst gebrochen. Ich werde gebrochen, ja. Definitiv jetzt. Ich lade nach. Ich habe auch noch ein Kill gemacht, stark, gell? Ich treffe ja noch nicht mal, ich wollte gerade sagen, ich treffe nicht mal die Mille, die erliegt, Alter. Ich bin der Beste. Ich versuche mich nochmal hinzulegen und damit Kills zu machen. Ich kann dir gleich von hinten. Eigentlich schade, dass ich ausgerechnet auf der Map nur mit Pistole spiele, ey. Weil die Map ist so geil. Ja. Stimmt. Oh, Bruder, ey. Bingo. 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 Ich hab noch keinen Kill glaube ich schon an, ey. Kannst du, fang, ja. Stand hinter dir im Stau. Ja, ich hab nen Kill. War zwar kein Headshot, aber ich hab nen Kill. Ich hab vielleicht aber auch die falsche Pistole. Weiß nicht, ob das so... Welche spielst du denn? Core A45? Ja, diese Automatik. Jetzt spiel ich die Core A45. Wichtig. Jawoll, erstmal selbst gesandt, bin der Beste. Ich lade nach. Ich lade nach. Ich lade nach. Ziele gesichtet. Ziele gesichtet. Ziele gespielt. Jede gesetzt. H Mm. Und dann lass uns nicht mal eine beste Runde, bin ich ehrlich. Meine auch nicht, aber ich wusste wenigstens, dass was passiert. Ja, ich krieg nur auf die Kretze. Ich stehe unter, direkt unter Schuss! Wechsel das Magazin! Schuss! Granate! Ich hab was abgekriegt! Oh, Mann! Das müsste ein Kopfschuss gewesen sein, gerade. Zwei müsste ich jetzt haben, wenn mich ein Kopfschuss täuscht. Sind sie Alpha eingenommen, Junge, ich kack ab. Die suchen sich immer was Neues, die Runde. Die suchen sich immer was Neues, die Runde. Ich bin bei dir. Ich bin bei dir. Werf eine Granate! Fuck! Oh nein! Ich bin bei dir. Und drei Assists geliebt, oder? Ich weiß nicht, wie viele Assists ich bisher habe. Ich glaube, eine Million. die man nicht finishen kann. Ich hab sechs Kills, aber ich weiß nicht, ob und wie viele davon Headshots halt waren. Das war auf jeden Fall eine. So viel Sinnfest. Jopp! Siehst du auch immer unten links, wenn da nur ein Kopf angezeigt wird und keine Pistole oder so. Ah, ein Killfeed meinst du? Bitte? Ein Killfeed meinst du? Ja. Okay. Okay. Ich bin beruhigt, dass wir die Runde hier locker gewinnen. Und das, obwohl einer wie ich die ganze Zeit denkt, Pistole ist eine gute Sache. Rest carried. Ich hab was abgekriegt! Ich hab was abgekriegt! Das müsste es gewesen sein. Ich bin getroffen. Och, dieser A-Death-Stack finisht mich jedes Mal. So, mal gucken. Hat dir das Video gefallen, dann schreib es gerne in die Kommentare, auch was ich hätte anders machen können. Und besonders würde mich freuen, wenn wir für dieses Video fünf Likes erreichen können. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke. 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 Danke.